warum dieses video vorige tage war wieder mal so eine bemerkung die schon ich weiß nicht 100 mal gehört haben netze eigentlich die nico lection ein das sind zwar filter aber die haben andere auch und wenn ich dann sagen und was mit den new points dann kommt die antwort ja radial filter haben alle problem ist nur wir sprechen hier nicht von radial filter tut mir leid wir sprechen hier von einer patentierten funktionalität die zwar optisch werden wir gleich noch sehen so ein radius beinhaltet aber entscheidend ist was ist unter dem zentralen punkt den ich angeklickt habe und diese funktion ist patentiert das heißt so genau was es glaube ich nur derjenige dieses entsprechend einsetzt die xo jetzt in diesem fall und ich kann nur aus 20 jähriger erfahrung oder mehr als 20 erfahrung nur vom muten dass es sich auf farbe und kontrast bezieht und ich kann noch nicht mal sagen ob es der genaue pixel sozusagen unter dem punkt ist oder ein radius bereich um den punkt rum ist ist in der praxis aber auch nicht so relevant das ergebnis hat aber nichts aber wirklich nichts mit einem radial filter zu tun das zeige ich euch jetzt in der praxis so das ist eine klassische aufnahme wie man sie mit smartphone und vorbeigehen in venedig macht die berückten masken ich habe das rausgesucht warum ja wegen der farbigkeit also man kann hier sehr gut die u points vorstellen es gibt zwei verschiedene implementierungen eine in vwsa dies umfangreicher und ja dann den rest der welt denn die collections gehen wir erst mal in vwsa rüber ich habe schon mal vorgeladen damit es schneller geht und ruft das ganze jetzt hier auf und wir sehen hier gleiche bild logischerweise diese farben wenn ich jetzt hier rechts gehe dann habe ich hier den sogenannten new point kontrollpunkt genannt im deutschen version wenn ich da drauf klicke und dann hier irgendwo in die maske reingehe ich gehe mal extra einen roten bereich ist immer sehr praktisch in dem fall und klicke da drauf dann bekomme ich einen radius angezeigt und das irritiert glaube ich die meisten weil das hat mit der maske nur am rande zu tun und das zeige ich euch indem ich hier rüber gehe ich kann hier mir die maske anzeigen lassen und dann habe ich die typische schwarz weiß auswahl die ihr so kennt und das zeigt eben dass nur die rot bereiche innerhalb des radios aber auch teilweise wie man sieht außerhalb angegriffen werden und wenn ich das verkleinern will dann gehe ich hier rüber das dann ähnlich wie ein radien radius maske und kann dann sagen okay ich nehme einen gewissen abbereich ihr seht je nachdem wie ich das verschiebe ändert sich auch die maske etwas da gibt es dann zusätzliche steuerungsmöglichkeiten hier indem ich sozusagen eine luminanz maske noch darüber lege und dann luminanz bereiche eingrenzen oder ich gehe hin und grenze oder erhöhe den bereich der farbe der angegriffen wird und ich kann hier noch mal im prinzip die streuung also jetzt hier die umkreis hier innerhalb der maske noch mal anpassen damit kriege ich eine sehr selektierte maske und wenn ich jetzt hier aus dem maskenmodus wieder raus gehe und jetzt hier drauf bleibe dann kann ich natürlich mit den entsprechenden reglern helligkeit und so weiter kann ich dann diesen masken bereich also maskierten bereich entsprechend angreifen kann heller machen kann dunkler machen kann im prinzip den kontrast ändern wie gesagt das sind jetzt funktionen von wie weser wo ich sehr strukturen kann wo ich sehr selektiv eingreifen kann und das ist für mich in vielen bereichen sehr interessant das heißt wenn ich jetzt hier drauf klicken würde wird der blau bereich angegriffen hier wird grün und so weiter und das ganze gibt es dann natürlich auch in allen anderen funktionen also zum beispiel in den effekt kollektion das hier links sind die effekt kollektion und wenn ich jetzt hier im prinzip was drauf setzte dann kann ich auch hier das entsprechend modifizieren nur sieht es hier ein bisschen anders aus wenn ich nämlich jetzt hier einen filter reinsetze dann muss ich natürlich ein filter haben nehmen wir mal die schwarz weiß geschichte dann kann ich hier hingehen und kann eben hier die entsprechenden bereiche positiv wie negativ machen ich habe hier einen positiven punkt ich habe hier negativen punkt das heißt ich kann jetzt hier einen negativen punkt gehen und setzt ihn hier auf die maske und sie an fast den roten bereich und da muss ich natürlich hingehen und noch das ganze entsprechend anpassen und mir überlegen wo hätte ich es denn gerne kann so im prinzip auch selektiv color mit der entsprechenden sache machen und kann natürlich hingehen und kann dann sagen okay hier möchte ich aber nicht dass er mir da entsprechend rangreift und kann die bereiche wieder entsprechend mit anderen you points rausnehmen das jetzt nun mal als beispiel zu verstehen dass you points keine radial filter sind you points basieren wirklich auf eine sehr aus spezielle funktionalität man muss auch damit eine ganze weile umgehen um wirklich die stärken der you points über zu erkennen bzw auch damit umgehen zu lernen ich benutze sie seit über 20 jahren würde ich mal sagen ich weiß gar nicht wie lange nick auf dem markt ist seit beginn und die nick tools das sind ja jetzt hier 58 filter da sind ja jede menge tools noch und wie weser und so weiter sind nun mal etwas wo drauf ich persönlich nicht verzichten könnte ja 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 ja